hallo hallöchen hier ist wieder euer gamer chaco im ets 2 mein single player ja wir sind jetzt in barry nach terent ist nicht weit sind bloß so 130 meter in etwa das geht relativ schnell ja was haben wir geladen wir haben dachtikeln geladen aber auch gefahren ja wir sind natürlich jetzt im dunkeln und ja da müssen wir jetzt im dunkeln fahren viel aber ja wenigstens bringt nicht viel geld aber ein bisschen was schon und dann schauen wir mal wo es dann weitergeht dann auf alle fälle nehmen diese auskommen gehen natürlich italien das ist klar einzeln wir müssen kredite noch abzahlen und alles aber zusammen sein jetzt auch das kriegen wir hin denke ich meine ich da eigentlich keine probleme kilometer hier in der tour museum sein kann ja nicht immer so eine lange große tour sein wir hatten ja das letzte mal eine große umleitung gehabt haben es trotzdem geschafft sind zwar verspätet angekommen aber was jetzt machen die 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 der die 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 So, dann wollen wir mal los machen hier. Das wird auch hier, so wie es aussieht, alles Landstraße sein, was wir hier fahren. So, dann machen wir mal. Dicke tollen. Dicke tollen. Dicke tollen. Dicke tollen. Dicke tollen. Die Autobahnführung ist hier auch schon ganz schön, sag ich mal, auch ganz schön verwinkelt und alles. Ja, so ist es heute, sollte auch aufpassen. So, da sind wir jetzt auf der Auge. Allzu weit ist es ja nicht, das ist ja, ja. Dann werden wir das abgeben und dann schauen wir mal, wo es dann hingeht. Jedenfalls zu weit alle freigefahren an Städte. Ja, es geht halt. Jetzt bin ich bloß am überlegen, werden wir Frankreich fahren? Oder so weit rüber, ganz rüber, da werden wir mal sehen. Aber ich denke, das wird wohl eher Frankreich erst werden, das wird es frei. Ich bin scharfen. Ich bin scharfen. Ich bin scharfen. Das ist nicht viel, aber ja. Das sind 10 Euro heutzutage, das ist schon viel Geld, ne? Da ist es, meine ich, ich bin scharfen. Ich bin scharfen. Ich muss das noch mal machen. Ich bin soç. Ich kann nicht nur sagen die Frage, aber es ist alles, was ich finde. brennst du doch schon da das ging immer geradeaus am kreisverkehr zweite ausfahrt nehmen ja und da müssen wir mal sehen jetzt hinfahren wenn wir das jetzt haben aber jetzt natürlich wieder der halb bitte rechts halten gewöhnungsbedürftig so ne ja dann haben wir es ja fast 15 und wie alt da müssen wir da so laufen ja dann ist es und mein geld läuft legen fahren gut ein einmal weniger rechts halten dann ausfahrt rechts nehmen die ausfahrt rechts das ist schön bitte rechts halten da wägen schon ein stück wird bitte links halten bitte links halten bitte links halten rechts halten dann ausfahrt rechts nehmen die ausfahrt rechts rechts den nächst rechts abbiegen jetzt fängt es ja noch an mit regnen aber rechts abbiegen und dann links abbiegen hier endet es neighbor noch mal mit nicht im im m Kurz hier, aber das ist auch in Ordnung. Da sage ich vielen lieben Dank wieder, dass ihr dabei wart und dann sagen wir bis zum nächsten Mal, ciao, ciao.